Moin Moin meine lieben Steam Deck Freunde hier draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf Steam Deck Checker. Ich bin's wie immer, euer Fabi. Und heute möchte ich euch mal zeigen, wie ihr Startup-Animationen, also Startup-Videos auf euren Steam Deck ganz einfach kostenlos herunterladen könnt, auf euren Steam Deck einrichten könnt. Also so wie diese ganzen coolen Animationen, die es bereits im Steam Deck Shop gibt, aber noch viele viele weitere. Und wie ja, ich habe es ja bereits in meinem Video gezeigt, was man als erstes machen sollte, dass es ja Start-Animationen gibt. Die könnt ihr euch auch ganz einfach natürlich von euren Punkten im Steam Shop kaufen. Und hier haben wir ja ganz viele dabei, so wie bei mir. Und ich wollte euch einfach mal zeigen, wie kann ich denn noch andere aus dem Netz ziehen und hier auf dem Steam Deck einrichten. Und das machen wir jetzt einmal. Dafür einmal über den Steam Button das ganze einmal im Desktop-Modus starten. Ja, und im Desktop-Modus angekommen, öffnen wir einfach mal den Browser unserer Wahl. Das ist Chrome, das ist Firefox, das ist Wumpe. Und hierzu geht ihr einmal auf die Seite steamdeckweepo.com, denn dort findet ihr ohne Ende Videos. Es gibt natürlich auch noch andere Quellen im Netz. Und hier könnt ihr ohne Ende Videos euch runterladen. Ich nehme jetzt mal zum Beispiel irgendeins. Ich kann natürlich nur empfehlen, schaut mal zum Beispiel nach dem Most Downloaded. Da findet ihr viele, viele coole Geschichten. Könnt ihr euch natürlich hier auch gleich in der Vorschau anzeigen lassen. Machen wir jetzt einfach mal. Das ist zum Beispiel wirklich eine coole Animation. Und das Ganze, wie gesagt, könnt ihr dann auch jederzeit runterladen. Und ich will jetzt mal was Neues haben für mich. Wir gucken jetzt mal Upload Oldest. Was gibt es denn da an neuen spannenden Geschichten? Schauen wir mal. Zum Beispiel hier ist Danger Things, Playstation Startup. Hier ist Cyberpunk. Das sieht doch schon mal cool aus. Ich bin Cyberpunk-Nerd. Gucken wir mal kurz rein. Wie schaut das Ganze aus? Ja, das ist cool. Und dann könnt ihr das Ganze einfach herunterladen. Drückt hier auf Download. Dann könnt ihr das Ganze ruhig erst mal unter Downloads abspeichern. Generell ist es nämlich auch wichtig, ihr könnt solche Videos auch jederzeit mit euren Video Editor oder Video Konvertierungstools auch solche Videos selber erstellen. Wichtig ist nur, es muss der Auflösung von Steam Deck entsprechen, also 1280x800 Pixeln. Und es muss im WebM Format sein. So, jetzt haben wir das Ganze runtergeladen. Und hier steht dann auch schon meistens immer mit dabei, wie das Ganze eingerichtet wird, bzw. in den richtigen Ordner kopiert wird. Und das wäre dieser Pfad hier. Und den könnt ihr eigentlich hier dementsprechend einmal direkt kopieren. Den nehmen wir doch mal. Kopieren das Ganze. Gehen dann in den File Wars rein. Hier ist es dann auch nochmal wichtig, dass ihr einstellt, versteckte Dateien anzeigen. So, jetzt nehmen wir diesen Pfad. Und jetzt können wir den hier rein kopieren, hier oben. Und hier müsst ihr einmal aber Config, nur bis zu Config gehen, so wie ich es jetzt hier mache. Und Slash, weil den Ordner oeOverwrites, den müssen wir jetzt erst mal erstellen. So, oeOverwrites. Und dort gehen wir nochmal hinein und erstellen den Ordner Movies. Zack, fertig. Und jetzt könnt ihr natürlich mal überprüfen, ob ihr auch alles richtig eingegeben habt. Also nochmal den Pfad hier rein kopieren. Enter. Und zack, da sind wir. So, und jetzt könnt ihr einfach euren Download nehmen von Cyberpunk. Am besten natürlich ausschneiden, sonst ist das irgendwann voll. Dann am besten hier einmal teilen machen. Und dann könnt ihr hier nochmal einmal wieder den Pfad euch nehmen. Zack, aus dem Browser raus. Hier im rechten Fenster einmal eintippern. So, einfügen. Enter. Und jetzt das Ganze eben wieder über Ausschneiden kopieren. Aber wir machen es ja mal hier. Wir haben ihn ja. Moment, wir machen es nochmal. Ausschneiden. Und dann eine Datei einfügen. So, und jetzt können wir das Ganze auch nochmal im Gaming Mode überprüfen, ob dieses Datei vorhanden ist. Ihr könnt da hunderte von Files übrigens reinballern. Ich habe zum Beispiel auf meinem anderen Steam Deck habe ich hunderte solcher Files. Ich bin da so ein kleiner Nerd, was dieses Thema angeht. Ich brauche da mal ein bisschen Abwechslung. So, dann wechseln wir doch nochmal rüber in den Gaming Mode. Ja, und jetzt sehen wir hier schon so eine coole Startanimation, die ich zufällig laufen habe aus dem Steam Deck Shop. Aber wir wollen hier auch ganz was anderes. Und zwar, wir gehen jetzt nochmal in die Einstellung wieder hinein. Und dort unter Anpassung. Also es macht natürlich Sinn. Also ihr könnt natürlich euch auch eine feste Animation aussehen. Ich habe es immer gerne zufällig. Also, wir gucken jetzt erstmal. Hier sehen wir nämlich schon, das sind alles Videos aus dem Steam Punkte Shop. Und wir scrollen nach unten. Ganz unten dürfte unser neues Video gefunden sein. Und hier sehen wir gleich, dass es eine lokale Datei ist. Da können wir gleich nochmal auf Vorschau klicken, ob das auch wirklich funktioniert. Und wir sehen, es läuft einwandfrei. So, und wie gesagt, ihr könnt jetzt euch jeweils immer eine feste auswählen. Zum Beispiel wählen wir jetzt hier nochmal die hier. Oder, wie gesagt, ihr macht das Ganze zufällig. Ihr könnt das auch so einstellen, wenn ihr das Steam Deck in Standby-Modus habt, also kurz On-Off gedrückt habt und wieder einschaltet, dass dann eine Reaktivierungsanimation kommt. Mögen manche vielleicht nicht. Ich finde es immer wieder cool. Die paar Sekunden habe ich immer gerne. Und ihr könnt natürlich sagen, ich will irgendwas Zufälliges. Also, liebe Freunde, das soweit mal zu den Start-Up-Animationen mit Steam Deck Repo. Ich hoffe, dieses kleine kurze Video hat euch gefallen. Und ich würde mich über ein Like oder ein Abo natürlich freuen. Ansonsten sage ich nur, once you get a deck, you never go back. Ich melde mich ab, unter Deck.